Euer Herrscher über gar nichts und schlechtester God of War Player seit langen Zeiten. Aber, was soll ich sagen, das Spiel ist halt geil, das macht halt echt total Spaß. Und der Kleine macht Mittagsschlaf, darum kann ich mal grad noch ne Runde zocken. Das ist sehr nett, vielen Dank an meine Frau dafür, dass ich einfach so zocken darf. Auch nicht selbstverständlich, ne, aber cool. Cool, 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 cool. So, was haben wir denn hier? Ach, genau. Wir sind jetzt hier. Diese Höhle, ja, ja. Diese Königsgrottenhöhle mit dem Zwergenkönig. So. Okidok. So. Checken wir das mal aus. Oh, was ein geiles Spiel, ne. Ich ärgere mich so, dass ich aus Versehen das Ende getriggert hab und dass ich das jetzt nicht nochmal triggern kann, aber gut. Ach, ein Drache. Ah, ok. So, kann man hier hoch? Nein. Also, in der Königsgrottenhöhle gibt es noch einen Drachen, alles klar. Und Loot. Loot gibt's hier auch noch, aber nur Hacksilber. Ok. Ups. Ups. Ganz klein bisschen laut. Ok, kann man den Drachen schon sehen? Ne, aber die Weltenschlange kann man sehen. Ähm. Komm, Matrius. Wir gehen in die Königsgrottenhöhle hinein oder ich weiß nicht mehr genau, wie hieß das? Wie hieß das denn jetzt nochmal hier? Ihr lobt sei der König zur Festung von Konunsgard. Festung von Konunsgard, ok. Man hört schon Rock irgendwo. Was haben wir hier? Hacksilber. Alles klar, alles klar, alles klar. Ok, und zwar machen wir das, damit der uns eine geile Rüstung schmieden kann, ne? Das war Sinn und Zweck der ganzen Sache. Boy. Hier haben wir auch noch Geschichte zu lesen. Es sagt, Glory to Motzegnir, der Dwarfgang. May his Reign be long, prosper is, filled with peace. Ja, ich frag mich nur, ob der noch am Leben ist. Oder ob der, ähm, tot ist. Ah, hier haben wir sie. Nee, es ist... Mhm. Okay. Ist auch geil, wie der Kopf von Mimir weiter irgendwie die Lippen und die Augen bewegt, ne? Das ist auch echt gut gemacht. Ich glaube nicht, dass... Nee, er kann uns nichts machen. Okay. Ja, true. Gesundheit brauchen wir keine. Und... Willkommen in Konunsgard. Ach, da ist er. Alter, ich wollte gerade sagen. Okay, der Place hier ist wirklich huge. Da haben wir auch noch was. Mhm. Und auch direkt Viecher. Wenn man so richtig Taufort mit dem Chaos kriegen will, dann gibt's auch ordentlich Schaden. Ah, das kann's ja nicht gewesen sein, ne, oder? Das ist ja bestimmt nicht gewesen. Doch, eine Kiste und ein Rabe. Oh, ähm... Oh, ähm... Oh, na gut. Zugegebenerweise, der hat mich erwischt, aber... Das war's ja wert hier, oder? Äh... Nein, danke. Ah, das ist das also hier mit dem Chat, dass ich dieses sicherer Chat, oder was, ähm... Oh, ähm... Irgendwas hat gebildet... Irgendwas hat gebildet... Was war das? Dieses Add-on ist einsatz... Ach, weil Halla ist einsatzbereit... So, Gustav... Wie kann ich denn jetzt hier... Was denn... Was denn machen, dass ich kein Spam bekomme? Was denn machen? Schluss erwähnen, Schluss dann blockieren... Ähm... Artistik... Ab und hinten... Blablabla... Wo ist denn das mit dem Chat, Alter? Ist das hier nicht, oder was? In der App... Chat-Einstellung... Größe die Sprache ausblenden... Irrelevant... Liesbare Farbe... Animierte Emojis... Ist das irrelevant... Aber warum kann ich das denn jetzt hier nicht... Ach, wie dumm, Alter... Jetzt muss ich dafür extra wieder auf den Rechner zurückgehen... Okay, kurz auf den Rechner... Ich brauche keine Promotion, aber danke dir... Silly Brush Fire 8... Ähm... Chat... Einstellungen... Das hier, ne... Abwehrmodus einschalten... Einstellungen werden sofort aktiviert... Aber was ist denn der Abwehrmodus, Digga? Was ist das denn? Abwehrmodus... Ich steck mir das mal gerade... Abwehrmodus... Ich nenne hier Abwehrmodus... Keine Chatter, die zuerst mal da sind... Aber es ist egal... Chat nur für Follower... Slow Chat... Nein... Switch Alerts... Aktivieren... Verifizierung... Alle Chatter... Denn... Unverifizierung... Chatter... Bestimmte Chatter benötigen ein... Den... Okay, keine Ahnung... Okay, da habe ich jetzt keinen Bock drauf... Ist mir scheißegal... Schreib doch, was du willst da rein... Ist mir doch kackegal... Ähm... So... Go on StreamRise.com... Nein, danke, Mann... Ich chatte... Ich chatte... Ich zocke einfach nur, weil ich Bock habe... Aus keinem anderen Grund... So... Jetzt habe ich vergessen, wo ich war... Wo sind die denn? Ein Dwarf-King hat mehr als ein Dragon... Er muss sie brauchen... Er muss sie brauchen... Um diese legendärerung... Und das macht Sinn... Nämlich alles über den Dragon... Ist sinnvoll... Und hat Macht... Zähne... 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 Sie haben Spaß mit dir... Oh, ich... Ich... Hiermit kann ich doch nichts machen... Oder was? Ähm... Warte mal... Kann ich das vielleicht entfernen? Nachricht... Ah, okay... So... Perfekt... Gehst du mir wenigstens nicht auf Keks... Alles klar... Aber danke, dass du zuguckst... Ähm... Was haben wir hier? Äh... Äh... Du... Willst sterben... Dann sollst du auch sterben... Vorsicht... Äh... 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 Ja, das hättest du wohl gerne, du... Hans Wurst... Hehehe... Okay... Also hier haben wir so eine Tür... Alles klar... Und hier oben kann man... Oder soll... Oder muss man... Also irgendwie auch noch hin... Die Frage ist wie... Guckt man jetzt aber hier auch nicht wirklich weiter, ne? Nö... Hm... Aber hier... Ging's ja jetzt... Da hingehen... Hä? Die kommen ja ununterbrochen hier, ne? Äh... Den haben wir ja gekriegt, ohne dass wir... Cool... Cool, 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 cool... Also wir brauchen die Feuerdinger... Okay, alles klar... So... Dann gehen wir erstmal hierher... Und checken das mal aus... Hallo... Wie immer... Mein Name ist Zuko... Ich bin der Buddy vom Kratos... Denn... Der Kratos ist mein Brie... Boah... Boom... 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 Und... Äh... Boom... Und... So... Sonst noch wer? Ja... Wer... Irgendwer schießt noch hier... Von da oben... Oh... Andreas... Oh... 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 Andreas... Oh... Cool... Okay... 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 Ähm... Man kommt aber hier auch noch nicht hoch... Da muss ich vielleicht den anderen Weg für gehen... Na, ist ja nicht schlimm... So... Was haben wir denn hier? Nicht getroffen... Wir gesoffen... Alles klar... Da hinten ist irgendwo der Drache... Ähm... Und da kommen wir... Noch nicht hin... Oder was ist das hier? Hier vielleicht... Ne... Was ist denn das da? Was ist denn das da? Das sieht ja aus wie ein... Drachenflammen... Und Eberköpfe... Und... Naja... Keine Ahnung... Sorry, Andreas... My bad... Wir müssen uns wohl erstmal zurechtfinden hier... Wo ist denn der Drache? Da hinten irgendwo... So... Da sind wir... True... Ich weiß nicht... Sex müssen Sie... Ja... Es ist neben der... Weil die Worte... Die Worte trinken... Aber... Da sind sie nicht... Ich bin sicher... Ich bin sicher... Es wird gesagt... Oh... Ich bin sicher... Ach, das war nur einer. Wir brauchen also mehrere. Okay. Gut, dann gehen wir mal als erstes hier längs. Und gucken uns das hier mal an. Ich nehme mal die Klingen wieder. Hallo. Wie bims, da graz, wie immer. So. Was ist das denn? Das sieht ja aus, okay. Ach, hier, Wolfsviecher. Der Krieg war so am besten. Oh, mies. Oh, was habe ich denn gemacht? Heilende Stärkung. Okay. Ach, das war dieser... Das ist das, was ich angelegt habe, oder was? Okay. Symbol der Vorhersehung. So. Ähm. Cool, aber... Wofür ist das hier? Das sind doch wieder diese Steine. Alter, geil. Okay. Weiter geht's. Kurz mal abchecken. Angie hat was geschrieben, ne? Oh, oh. Oh, Angie. Angie hat gerade die Nacht seines Lebens. Danke. Und was wie... Peter hat angerufen. Die Ton war an. Und... Tür unten war auf, so dass er aus dem Wund verinflusst. Aber den Kappen, den Froschen, hat da keine Masse mehr für. Das ist nicht gut, Bernie, der arme Hund. Ähm. Weiter geht die wilde Fahrt. Hier im Suku Salz Salat. Hallo. Ach, guck mal hier, so ein Hans... So ein Hans-Wurst. So. Na komm, mach auf. Warte, 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 warte. Ah. Scheiße. Manchmal kann man zielen, manchmal nicht. Das krieg ich noch nie... Das krieg ich nie so richtig geschissen, ne? So, komm, mach auf. Diese Seelenfresser, ne? Ach, verdammt, ich... Geh immer einen zu früh oder einen zu spät. Ähm. Ah. Blöd. Komm schon. Komm schon, Digga. Holen wir? Holen wir? Ah! Das gibt's doch nicht. Komm. Okay. Okay. Zurück. Okay. Now you're dead. Boom. Getroffen, würde ich sagen. Uh. Uhu. Boah, bei den Kämpfen muss man sich auch irgendwie immer konzentrieren, ne? Neue Reliqui... Schafe, Reliquie des Wahnsinns, Welten, Schuppe, gehärteter Stahl, erhöht Resistenz gegen Gift. Boah, 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 boah. Bam, bam, alles klar. Okay. Äh, den nehmen wir auch noch, cool. Und hier hauen wir uns die Kiste mal frei. Na, weg damit. Und her mit der Kiste. Ey, in diesem Spiel geht das immer so ab, ne? So, okay So, jetzt checken wir mal Da ist wieder so ein Dingspups Hier bin ich noch nicht in die andere Richtung gelaufen Hier kommen wir nicht durch Hier geht es nicht weiter Okay So, hier waren die Wolfis Hier ist jetzt auch noch nichts Wildes irgendwie Kamen wir hier her oder Hä, was ist denn das? Rage! Geilomat! Rage, Rage, Rage! Kamen wir hier her? Ich bin mir nicht mehr so sicher Ja, ich glaube hier kamen wir her Ja, alles klar, okay, zurück Zurück, alter Manchmal kann man sich hier auch echt schlecht zurechtfinden Irgendwie Kann man hier Hä? Da geht es auch irgendwie hoch Pff, aber scheinbar nicht hier Und hier in den Kammern ist jetzt gerade mal auch noch nichts Und ich sehe kein Ich sehe keinen Stein, wo man das hier Wo man das hier reintun kann Hm Also weiter geht's Aha Oh, okay Rüber Chub 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 Da ist es Da ist was Okay Also man muss das von hier Da rü- Äh, man muss das hier rüber bringen Oh Oh, schon wieder Verdammt Oh, verkackt Da muss ich, da muss ich mal drauf achten Dass das so geht Okay, also hier müssen wir es herbringen Auf jeden Fall Da oben schwirrt noch was rum Der Stein Der Wackelt jetzt irgendwo anders hin Hier Weiß der Geier wohin Okay Ähm Alles klar Okay, also Klingen holen Dann Warte mal Wie soll ich das denn? Das ist doch viel zu weit weg, oder? Ist hier am Boden was? Ey, nein, nein, nein Geh mal rüber Geh mal rüber Ihr braucht ja mindestens fünf Sekunden Um hier rüber zu kommen Also muss ich doch diesen Impuls hier Diesen Weltenwirbelgeschiss Muss ich doch irgendwie Zwischenlagern, oder nicht? Zwischenlagern, aber wer Ähm Zeig mal her Ist hier irgendwo was? Nee Weil von hier aus Komm ich doch Gar nicht da dran Boah Ähm Und hier ist das Ding Ja okay, wir können es mal probieren Aber ich bezweifle, dass das klappt Wir haben nur ein paar Sekunden Zeit So, komm rüber Rüber Drei Zwei Zwei Eins Und weg Also er braucht zu lange, um hier rüber zu kommen Okay Kriege ich denn hier irgendwie eine Hier mit eine Brücke hin, oder was? Äh, nee, warte mal Ne, dafür brauche ich wahrscheinlich diese Diesen Stein von eben gerade Der darunter geswurlt ist So Ciao mit V So, der Stein ist in die andere Richtung gerollt Aber was war hier? Ah Na gut Tor ist offen Alles klar Leben brauchen wir nicht Da oben ist Achso, genau Da oben ist die Kammer Und hier den Ach, wo muss der denn jetzt hin, der Stein? Mist Wo muss der denn hin? Ja, das weiß ich jetzt nicht Da war irgendwo was Aber wo ist die Frage? Irgendwo war da was Aber wo? Ähm Hallo? Wuff Und Wuff Und Okay So, hier sind Ach, genau da Na klar Okay Oh, oh, oh Wo? Ach, da So Jetzt Probieren wir das mal aus Aber das ist Stärke Okay Also das scheint ja irgendwie geklappt zu haben Ich hab nicht genau verstanden Lass mal gerade nochmal Wo war denn dieser Das hier ist dieser Talisman Erzeugen sie eine kleine Abwehrzone Durch die Kratosangriffe nicht abgebrochen werden Und die Menge an Schaden verringert Die er leidet Erneut bei Verbesserung Außerdem eine kleine Menge Okay Also es ist echt wichtig Dass wir das Aufleveln So, dann nehmen wir uns den Stein Und kloppen den mal hier hinten drauf Tüttelü 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 So Plupp Atrios Walte deines Amtes Und hier oben ist eine Brücke Alles klar Dann wissen wir jetzt Was wir zu tun haben Nämlich 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 Mit E Nicht mit L Erstmal den hier So Dann schnell rüber Wetzen hier Und den da reinballern So Okay Dann nehmen wir den Wieder direkt hier raus Und laufen hier rüber Zu dem da Cool Und los geht's Hallo Wir sind Skratas und Atrios Was geht bei euch so? Viel Es gibt gar keine Artefakte Es ist kein Artefakt Nein Es ist alles nur Hacksilber Okay Dann sind wir jetzt hier Hallo Ähm Wo ist der Drache? Das ist die Schlange Okay Ein Steinchen Stone number two Stone number two This place is even bigger than Vaderguard Yes Vaderguard The door of king's reach appears vast Vast I wonder what happened to him It is a great mystery Even amongst the sons of Ivaldi Mozart Niers behavior Before his disappearance Grew increasingly erratisch Why? The de Vagra thinker The very armor you find yourself searching for Though he found two I'd wager his failure to find the third ingredient Drove him to madness Ah Okay Oh Da bin ich aber mal schön falsch gelaufen hier Warte mal Damit könnte ich Ach ne ich hab Energie Okay Ähm Wo mussten wir nochmal her Um da hin zu kommen Hier unten lang ne Warte Wird's uns zu warm Aua 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 Oh Gott Alter Was haben wir denn da Das ist ja wohl keine Zigaretten Ich werde ja jetzt wohl keine raufen Oh je Das wäre ja absolut Und absolut Und sonst irgendwas Gut dass ich das niemals tun würde Denn Bin ja Suko Und Pirat Im Nebenjob Sozusagen Ähm Im ersten bin ich ja Streamer Ne Klar Sicher Ähm Ich müsste unbedingt die Chaos Klingen aufleveln Ne Das würde mich wahrscheinlich auch schon weiter bringen So Da ist der Drache wieder Und Noch ein Steinchen Äh Boah Alter Haut der die auch manchmal um ne Das ist Wahnsinn Geil Junge Alter du willst ja wohl mal sterben jetzt hier Das kann ja wohl nicht wahr sein Oh Oh Damit habe ich dich nicht gerechnet Oh Jetzt kriegst du erstmal hier auf den Schacht Du kriegst erstmal richtig auf die Mütze So The enemies are strong Keep your guard up Upsi Ja Brrr Du Kräst da hinten rum Und ich Hey warte mal Die Flamme Ist ja anders Hm Okay Geil 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 Boah ich liebe das Spiel Das macht ultra Spaß Auch wenn ich in dem Kampfsystem echt nur null bin Äh Oh Der ist ausgewicht Oh du Penner Der ist ausgewicht Das gibt's ja nicht Du weißt meinen Angriffen gefälligst nicht aus Du halbe Portion Alter Komm rüber mit dir So hier ist doch bestimmt noch einer oder Ne War das nur einer Das ist ja gut Das kann doch nicht sein Äh das ist der Schwierigkeitsgrad Stufe Was ist denn das für einer Äh der frisst die Das ist ja ultra Der frisst die Komm dem hauen wir aufs Maul Atreus Bumm 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 Und Komm Bim Bumm 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 So Hihihi Kartos reitet dich Hihihi So sind hier denn noch Gegner irgendwo Ich hab gar keine Gegner gesehen Alter Geil Ah Oh Ah Ist das mies ne Ach da oben Ah Diese Penner Alter So Atreus Ach geht doch Geht doch Oder War doch eigentlich gar nicht so schlecht Okay Loot 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 So wohl der List Warte mal Ach das war der Drache Geil Omad Okay Hier kommt man wieder Runter Man kommt aber scheinbar nicht hoch Auch hier Aber ich bin den anderen Weg auch noch nicht gegangen Ne Das heißt ich hab wieder irgendwas verpasst Mhm 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 Kiste 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 ist immer gut Alter Kiste ist immer gut Warte mal Wo ist der Drache Äh Wenn ich hier Wahrscheinlich hier wo Atreus guckt Ne Hm Und hier so eine Kette Da ist der Drache Okay Aber naja Wir haben ja noch nichts um den zu befreien Ne Hier waren ja noch nirgendwo so Siegel Aber das hier scheint der Weg zu dem Drache zu sein Wow Schreine zerstören Hm Ja warte Atreus Wir müssen erst mal hier rein Also wir befreien den Drachen auf jeden Fall Gar kein Thema Aber wir müssen erst mal hier Weiter gehen Beziehungsweise Zurück gehen um dieses Dingspups Da So Ach lol Hier kommt man gar nicht rein Oder was Ähm Ja gut Das hätte ich mir ja sparen können Hm Hm Gut also erst Drachen befreien Oder was Erst Drachen befreien Aber Man braucht ja irgendwie Man muss irgendwie so Siegel zerkloppen Und gleichzeitig braucht man aber auch irgendwie noch so ein Siegel Um das Siegel zu brechen Oder so ein Scheiß Ne Na gut Krass Okay Also Komm Komm Irgendeiner schießt Von da oben Ne Wie mies Ja ja Ah Ich dahinter stehe Kann ich vielleicht nicht Noch einer Was denn das Alter Was war das denn Nicht getroffen Bier gesoffen Würde ich dann mal gerade sagen Aber Wir haben ja noch Spaß als Rache Also Von wo denn Ach da Von da Huh Okay Okay, na, das hat geklappt, aber ich glaube, ich hole mir mal gerade das Leben von da hinten. Boah, der Drache scheint auch echt nicht gut auf uns zu sprechen zu sein, ne? Aber, oh, 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 hier, hier mit dem Leben, Atreus, alles cool. Oh, oh, okay, wenn der Drache hier gerade am Burnen ist, Alter, dann können wir, oh, scheiße, mein Fehler. So, hier haben wir noch einen Hingsipups und hier können wir das Tor aufmachen. Ab, ab, okay, aber wir wollen sowieso hierbleiben, denn wir müssen offensichtlich hierhin. Mhm. Was haben wir denn hier? Hinter Gittern verschlossene Blas, eins, zwei, wo ist das dritte? Äh, das war falsch. Ach, da kommt er nicht durch, okay. Und der Drache... Oh, man. Der sieht aber böse aus, ähm... Wir verziehen uns mal lieber hier, ne? Ähm, wie kriegen wir denn jetzt hier dieses... Wie machen wir das denn jetzt hier? Ähm... Wie machen wir das denn jetzt hier? Äh, ich verstehe, wir brauchen hier, wir brauchen hier was von, wir brauchen von diesem Ding was. Ähm... Da, vielleicht? Können wir hier was abwarten von? Oh, oh. Oh, oh. Uh, uh, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Oh, oh. Okay. Oh, yeah. Still seems like the right thing to do. Oops. Können wir denn hier von was nehmen, hier? Ne? Ähm, wir brauchen so ein Spreng-Dings. Wir brauchen irgendwie so ein Spreng-Dings, die Dings. Hm. Mist. Ach ja, hier. Hier ist es doch. Okay. Hä? Hä? Okay. So, das war's wohl. Okay, 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 okay. Weiter geht die wilde Fahrt hier in God of War, Salad. So. Nein, 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 nimm mal die Kling. Äh, noch so Viecher. Okay. Was? Hä? Wo kommst du denn hier? Okay. Ja, dann greif an. Wo ist er? Hey, gib'em what for. All right. Da ist was. Da ist was. Aber wie kommen wir denn da hin? Ähm. Ja, nicht hierher, ne? Aber irgendwo, da ist ja offensichtlich so eine Tafel, oder waren wir da schon? Mhm. Hm? Hm? Ich hör's. Ich hör's. Ich hab's gehört. Wo bist du? Er ist nicht hier, ne? Okay, kein Problem. Weiter geht's. Flupp. Okay, 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 okay. Hä? Du. Okay, so, Junge. Up here. Yes, sir. So. Was ist das denn? Interesting. Was denn? Wieder irgendwas über den Zwergenkönig, ja? Oh, komm, Andreas, weiter geht's. Oh. Geil. Oh, nicht die schon wieder. Ja. Ja, Mann. 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 Henna, du, Henna, du. Henna, du hässlicher. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Wo ist er? Mist, Kerl. Verdammter Mist, Kerl. Ah. Ah. Hab ich nicht gesehen. Oh, oh, oh. Haben wir noch einen Stein? Haben wir noch einen Stein? Kein Stein. Ich Idiot. Das gibt's doch nicht. Ich hab keinen Stein gekauft. Oh, nein. Wie kann ich denn gegen so einen Hans Wurst verlieren? Wurst, ah, 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 ah. Die музы frågen. Wie kann ich an это? Uh. Aber. Okay. Oh, wDelta Land. Yeah. Und. Da. Oh. Okay. UNTERTITELUNG Töne! Schöne! Töne! Schöne! 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 Wo ist das andere Film? Vielen, viel, oder nicht? Scheiße, die hatten uns auch fast, Junge. Das war meine Schuld. Kracke. So, hier ist der letzte. Alles klar. Ja, Unrecht hat er da jetzt nicht, ne? Wow. Alter. Ne, warte mal, hier kommen doch bestimmt Gegner, ne? Nein. Okay, hier haben wir noch... Oh. 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 Okay, das sind ja fast alle gewesen. So, hier geht's weiter. Und wo geht's dann hier hin? Tja, wo sind wir jetzt als erstes hin und wo als letztes, ne? Nein. Nein. Wo hast du hier, mein Mann? Das schreit. Da geht's. Und grüß. Und grüß. Alter. Es gibt so viel zu tun in diesen Dingern. Was ist das denn? Zeichen des Elements erhöht Zuwachsrate von Permafrost oder Verbrennung um 7%. Oh! Ja, wo ist er? Okay, so. Zuwachsrate. Was haben wir denn hier? Fügt eine kleine Menge konstante Gesundheitsregeneration. Nein, das will ich behalten. Und halt, hier haben wir Schutz des Bifröst. Widerstand gegen Statuselemente. Ha! Und... Oh! Hier ist ja ein weiterer Platz. Schafe Reliquie der List. Ruhe Bonus, Aktivierungschance, Aufgabe der Stärke, wenn Kratos Gesundheit auf ein kritisches Level fällt. Zeichen der Elemente. Schafe Reliquie des Wahnsinns. Hohe Gabelstärke, wenn Kratos Gesundheit auf ein kritisches Level fällt. Das ist ja das gleiche wie das hier. Zustand der Welt. Erhöht den Schaden durch Angriffe mit bloßen Händen. Ich würde sagen, das Element. Oder? Ich finde es eigentlich gut, muss ich sagen. Rüstung, Waffen... Äh... Hm... Was ist das hier? Was ist das hier? Griff der Blah. Geringe Bonusaktivierungschance auf einen Gesundheitsschub bei erfolgreichen Axtreffern und geringe Bonusaktivierungschance. Ach, Blitz... Axtreffer, Blitzhex. Okay, boah. Fahrer. So, und hier haben wir Griffe der verflugten Flamme. 30 Sekunden, Verzögerung auf Gegner zu platzieren. Okay. Ne, das ist alles okay. Das ist alles gut. So, also, hier kommen wir nicht weiter, scheinbar. Dann gehen wir wieder zurück. Na komm, Atreus. Weiter geht's. Wir wollen ja fertig werden auch hier. Tempel des Zwergenkönigs, ne? Blub, 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 blub. Warum waren hier noch keine Kämpfe? Hm. Seltsam. Egal, hier wird einer sein. Ach, scheiße. Oh! Ja, damit hatte ich nicht gerechnet. Machen wir mal so. Was ist das? Was ist das? Wow! Welten Schlangen schuppen! Was haben wir denn hier? Tödliche Griffe der Vitalität. Geringe Bonusaktivierungsschränkungen auf einen Gesundheitsschub bei erfolgreicher Tötung. Ah. Ah. Mann, gute Sachen. Gute Sachen. Springerrüstungssplitter. Damit können wir die wieder aufleveln. An der Decke scheint hier nichts zu hängen. Aber hier haben wir wohl einen Thron. Und Leben. Was ist das? Na, hier geht's weiter, okay. Hier geht's nicht weiter, auch okay. Hier ist nur ein bisschen Licht, aber kein Rabe. Okay. So, Kratos. Hä? Warum macht der denn so vorsichtig? Ja, das war jetzt klar, oder? Oh, was ist das? So, Kratos. Schieb's mal weg. Was hat der denn eigentlich da für Armrüstung? Blut. Wen haben wir denn da? Das scheint der Zwergenkönig zu sein, hm? Was ist das? Mozzogneer. Mozzogneer. Hat er irgendwas cooles für uns? Der Helm vielleicht, oder so? Äh. Ist das das Siegel für den Drachen, oder was soll das sein? Ähm. Was war das denn? Was war das denn? Aha. I was wondering about this. Sagt der, was ist das hier? Ist das nur so ein Mistelzweig, oder was? Wo sind wir jetzt hier? Wo sind wir von ihm aus? Das muss die drei Mythickeitsingrediensten, die Brock warstatt. Ich kann sagen, mit der Überlegung, dass ich nie ein paar Einzelne auf ein anderes Objekte in meinem Leben habe. Wie sind Brock und Sindri mit dem, was sie zu bauen? Was sie auch. Nicht die Dwarven aus, lad. Sie sind richtig, aber sie sind sehr gut. Sie haben eine Unbrechbare-Karte-Karte aus ein bisschen mehr als ein Katz-Pot-Step und ein Brandspit. Prometheus' Flamme? Oh! Brandt auf jeden Fall, hä? Tartarus' Rache ist dieses Aufs Maul und Prometheus' Flamme verdoppelt die Anzahl an möglichen Zielen von vier auf acht. Geiler Scheiß eigentlich, ne? Geil. Komm, wir probieren das mal aus. Das macht gar nicht Sinn. Das ist die Legend. Wenn du Sinn willst, dann solltest du nicht mit einem severten Händen sprechen. Mir ist irgendwie geil, ne? Die Schlange. Okay. Wollen wir hier? Noch nichts. Cool. So, jetzt müssen wir nur noch den Drachen befreien, oder? Wo sind wir denn hier? Hä? Äh? Hä? Ah! Das ist... Ah, ich verstehe, das hier ist... Der Drache? So. Hä? Seh ich da. Okay. Ähm. Oh! Was haben wir denn hier? Aha! Ähm. Moment. Also. Hier ist eins nicht aktiviert. Aber ein... Eins fehlt. Ist hier drinnen? Ne, oder? Eins fehlt. Hm? Was ist denn da? Das ist schön, ein Tor zu sein. Moment. Tor-Drache. Eins fehlt. Wo ist das Letzte? So. Hier ist eins. Da ist eins. Wo ist das Letzte? Probieren wir es mal einfach aus. Hä? Äh. 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 Atreus? Okay. 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 Atreus, was zum Geier machst du denn da? Okay. Und hier. Okay, cool. So. Ähm. Oh. Ne, das hat nicht geklappt. Doch. C. N. Uns fehlt nur das R. So, okay. Wo ist das R? Das R, das R, das R. Wo ist es wohl? Hier beim Weltenriss. Ne. So. Äh. Ne, noch nicht runtergehen. Äh. Äh. So. Das wird ja unweigerlich ein Kampf sein hier. Oh, mia. Oh, mia. Oh, mia. Jetzt, äh, könnten wir das hier gut bekommen. Oh, mutta wir sind jetzt wieder. Oh, mia. Hey. Ähm. Oh, mia. Puh. Puh. Ja. Allerdings, Alter. Ich hab voll verkackt mal wieder. Aber nicht so schlimm. Weil Loot, 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 Loot. Und? Was haben wir hier? Ähm, Weltenstaub, ja? Reine Essenz der Welten. Okay, wow. Weltenstaub, okay. Okay, 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 okay. Cool. Ähm, so. Uns fehlt eine Glocke. Uns fehlt eine Glocke. Eine Glocke fehlt. Eine Glocke, eine Glocke, eine Glocke. Ich hab sie noch nicht gesehen. Wo ist denn hier die letzte Glocke? Äh, da ist sie. Hab sie gesehen. Äh. Warte mal. Was? Ich hätte schwören können, dass ich... Hä? Also, Moment jetzt. Eins. Hä? Verdammt. Komm schon. Wo ist die letzte Glocke? Wo ist die letzte Glocke? Sie muss irgendwie von hier aus erreichbar sein. Die Frage ist nur... Oh. Ich sieh's eigentlich, ne? Ey, wir befreien dich ja schon noch, okay? Gib mir mal eine Sekunde für die Glocke, du Arsch. Muss doch von hier... 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 ja, erreichbar sein. Nicht blind? Ich muss blind sein. Die muss von hier erreichbar sein. Aber wo ist sie? Ich bin sicher, dass die hier irgendwo versteckt ist, aber wo? Aber wie gut die die auch verstecken, ne? Ich bin völlig ratlos jetzt gerade. Wo die sein könnte, das macht doch gar keinen Sinn. Oder öffnet die sich, wenn ich beide... die anderen beiden... Ja, das könnte sein, ne? Hm. Okay, komm, grad mal schnell Leben holen. Leben ist hier. Hier. Die Wand sieht aus, als könnte man da durch. Leben geholt. Cool. Vielen Dank. Und tschüss. So. Was ist hier? Naja. Ne. Das wird's nicht sein. Das wird es nicht sein. Komm schon, du Idiot. Wo ist diese dumme Glocke? Irgendwas... Irgendwas mach ich falsch. Irgendwas verchecke ich. Wo ist diese Glocke? Hm. Ja, toll. Äh. Die Glocke muss in der Nähe sein, verdammt. Die muss in der Nähe sein. Warum find ich die nicht? Ah, verdammt. Ich kann aber auch hier nichts erkennen. Dass die hier irgendwo drauf ist oder so. Ich kann nichts erkennen. Hm, hm. Flipper. Erzähl mir doch kein Ding. Muss doch hier sein. Habe ich irgendwas nicht aktiviert oder so. Was stirblich. Mist! Ah, ich hasse sowas, ne? Ich hasse sowas wie die Pest. Irgendwas vercheck ich. Irgendwas hab ich verpasst. Fuck! Fuck, 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 fuck! Hä? Nö. Das ist nicht so wie bei... Das ist nicht so wie bei der Statue von Thor, dass man das kaputt werfen kann, einfach, ne? Mit den Chaos-Klingen komm ich niemals da dran, ne? Mh... 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 Come on! Come on! Come on! Ich kann die... Ich kann die... Ich kann doch diesen Wind auch gar nicht weit genug transportieren dafür. Mist! Ich bin Monifest! Zyxsоворny! Ah, ich versuch's. Von hier kann ich aber auch nichts erkennen. Ja, lass mal noch mal hinlaufen. Ach, hier ist dieser Mist wieder. Nein, warte. Verdammte Hacke. Auf der Schnauze ist was drauf, aber das sind ja nur die Runen hier vorne, ne? Oder hat das was zu bedeuten? Warum ist denn auf der Schnauze das eher? Hm. Gut leben. Brauchen wir nicht. Cool. Verdammt. Irgendwas verpasse ich. Mist. Naja, komm, wir befreien mal diesen... ...ans Wurst hier. Hä? Oh. Mann, ihr nervt. Also wirklich. Ihr nervt, ihr nervt, ihr nervt, ihr nervt, ihr nervt, ihr nervt. Cool. Impressive. 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 Gehärt hat das Wabelheimstahl und... ...Kymbol des Überlebens. Und kommt man hier auch noch her? Nö. Hm. Ja, aber hier so ein Baum, den kann er nicht zerhauen, ne? Ja, ja, ist klar. Okay. Okay. So. Wie kommen wir denn jetzt an den Drachen dran? Frage, nächste Frage oder was? Äh. Nö. Da oben ist ja der Schrein. Boi! Befrei den Drachen, Boi! Tatsache, frei. So. Kleinen Kampf gefällig, hä? Wir haben ja einen von deinen Kumpels erledigt. Uhu. Zefahr von oben! Äh, befreien sie alle Drachen. Hohe Bonusaktivierungschance auf einen Stärkerschub und einen Gesundheitsschub, wenn gerade das... ...und einen Gesundheitsschub. Schuppe der was? Schuppe der was, bitte? Äh, gib mir das. Ähm. Ähm, Schuppe der was, 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 was. Schuppe, Schuppe, Schuppe der Mächtigen. Aura des Feuers. Hohe Bonusaktivierungschance auf Stärke und Gesundheitsschub, wenn gerade das Gesundheit und ein christliches Level fällt. Na, pff, klar. Geil. Okay, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Gut. Wir haben zwar den Auftrag abgeschlossen und den Drachen befreit. Aber uns fehlt die Kiste. Uns fehlt die Kiste. Ich hasse es, wenn Kisten fehlen. Okay. So. Checken wir das nochmal aus hier. Ich sehe aber auch nichts irgendwie, was dem gleich sein könnte. Kann ich den Baum hier fallen? Nö. Cool. Okay. Ich verstehe es nicht. Mist. Hör nochmal hier längs. Hier irgendwas noch zum Einstütz bringen muss oder so ein Scheiß. Hier war der Kampf gegen diese Frost-Philus. Hier liegt der Zwergenkönig. So. Und jetzt müssten wir wieder da sein, ne? Fast. Psst. Psst. So. Ähm. Scheiße. Oder Mist. Kommt aber da oben nicht drauf. Wie ist das Reizelslösung? Ne? Hört gestrückt machen hier. Ne? Verdammt. Das gibt es doch nicht. Wo ist die dumme Glocke? Habe ich irgendwas verpasst? Oder... Halt! Ich hab's. Ich hab's gerafft. Ähm. Das andere Zeichen ist hier dran. Genau. Ich hab's gerafft. Okay. Behalt das. Und... Warte. Ich verstehe es. Ich verstehe es. So. Nimm das. Ich verstehe es. Ich verstehe es. So. Dreh dich. Und dann... Nimm die... Nimm die Axt. Und... Ach, verdammt mich. Es sind zwei Glocken, ich Idiot. Eins. Zwei. Und jetzt die dritte hier. Hm. Komm, Schulz. Ah. Jetzt hab ich's gerafft. Oh mein Gott. Bin ich ein Idiot. Alter. So. Ist das ein Apfel? Kurzer Geduldsfaden. Ey. Alle Hörner. Geil. Ja, das stimmt. So, dann gehen wir mal wieder. Zurück zu Sindri. Warte mal, war der hier? Ne, der war nicht hier, der war da. Und hier haben wir unser Leben. Und Sindri. Wir haben's geschafft. Oh, das ist so spannend. Mach mich zurück in den Tempel und wir starten direkt weg. Treff mich beim Tempel? Ähm. Bei welchem Tempel? So, was bringt ihr euch, Freunde? Klingt drauf. Hmhm. Tödliche Griffe der Vitalität. Ja, Gesundheitsschub wieder, ne? Und, ja. Oh, nothing. Okay. Triff mich beim Tempel. Triff mich beim Tempel. Okay, also hier längs. Dort längs. Halt! Drei von fünf Raben in Konungsgard. Und erledigte Gefallen. Einen von zwei. Hm. Zur Festung von Konungsreis. Schlüssel finden. Mutzkes Festung getreten. Zu Brox und Sindri's Laden zurückkehren. Okay, dann machen wir erstmal das. Und dann müssen wir wohl irgendwann nochmal hier hin. Brox und Sindri's Laden ist dann wo? Hier bestimmt irgendwo, ne? Da, Brox Laden. Los geht's. Cool, cool, cool. Dieses Spiel ist einfach geil. Ah, ich kann's kaum mehr erwarten, Ragnarök zu spielen, Alter. Richtig geiler Scheiß. Richtig geiler Scheiß. So. Dann mach mal die Tür bitte auf. Lad mal die Tür, lad mal die Tür, lad mal die Tür, Tür, Tür. Und los. Jungs, hier sind wir. So, jetzt macht uns mal geilen Scheiß, Alter. You boys look right beamin. Well, the squirt does. Can't see squat behind that furzle fuzz you call a beard. Ha. We found the materials. But they're so weird. How do you build a piece of armor out of something so... So... None yet. None yet? None yet fucking business. Trade secret. We get our way. Geil. Wie Öl und Wasser. In Menüanzeigen. Feuer des Ares. Geil. Das sieht ja aus. Hopp. Hopp. Hm. Hat auch richtig Schaden. Na gut. Feuer des Ares. So. Gelobt sei der König. Wir haben wohl die Gefallen erledigt von den beiden. Wo soll es sein? Naja, ich hab gedacht, du machst uns ne coole Rüstung oder... Ach, guck mal an. Rock. Sintry. Ultimatives Opfer. Man kann nur eine davon herstellen oder was? Rocks. Königlicher Zwergenbrustschild. Stärke. Und hier haben wir Runenabwehrglückung. Abklingzeit. Stärke Abwehrglück. Rasender Zorn. Erhöht Zugangskrage von Rage um 10%. Und hier. Moderate Bonusaktivierung auf Schutzbarriere. Immer drauf, würde ich sagen, oder? Das hört sich ja ganz gut an. Also, nehmen wir das. Looks good. Looks good. Okay. Nehmen wir das. Und, ähm, dann nehmen wir auch noch Brocks königliche Zwergenpanzerhandschuhe. Nehmen wir auch noch. Cool. Und dann nehmen wir auch noch die Hüftrüstung von Brock. Cool. Jetzt müssen wir ja stark sein. Ausrüsten. Cool. So. Jetzt müssen wir die verbessern. Cool. Cool. Mhm. Ähm. Ah, come on. Ah. Na gut, okay. Dann die Springer verbessern hier. Die Springerrüstung scheint ja ganz gut zu sein, ne? Und die können wir sogar nochmal verbessern. Naja, die werden wohl ausrüsten müssen, ne? Ähm. Und jetzt kann ich die aber nicht mehr verbessern. Verdammt mich. Und alles andere kann ich auch nicht verbessern. Na toll. Ist das schon? Klarheit, verkaufen. Okay. 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 Warte mal gerade. Also, wir müssen wieder, auch wenn der eigentlich echt gut ist, ne? Aber mit dem Springer haben wir echt eine Menge Vitalität. Schulterrüstung. Zwar an Kriegers. Naja. Stufe 6, Stufe 5 Plus. Ah. Dann kommen wir neben die. Weisen die Plätze zu. Äh, nee. Äh. Das, das meine ich. Okay. Und, äh, wie weisen wir... Moment mal gerade. Müssen wir die Plätze hier zaubertauschen. Ähm. Na hiermit. Hä? Äh, äh. Zaubertauschen. Oh. Ah. Jetzt. Äh, okay. So, dann hier. Brocks Handschuhe, oder? Hm. Mhm. Da ist sogar noch einer übrig. Also können wir noch... Da haben wir die Abwehr nehmen. Klar, warum auch nicht? Und hier haben wir jetzt... Oh, wow. Der Krieger ist aber immer noch besser, ne? Aber der hier hat... Der muss erst aufgelevelt werden. Okay. Na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut. Und hier müssten wir ja ansonsten auch alles haben, ne? Das heißt, uns fehlt jetzt was noch? Geht uns überhaupt noch irgendwas? Nur die Welt des Nebels noch. Die Welt des Nebels und die Walküren. Aber auf der Karte stand... Wo waren das jetzt nochmal? Hier, Konungsgard. Erledigte gefallen zwei von zwei. Okay. Das heißt, hier fehlen nur noch Raben. Und hier? Nichts. 100%. Hier fehlen noch Raben. Okay. Naja, wegen Raben will ich jetzt hier keinen Aufstand machen, ne? Aber hier am Gipfel scheint noch irgendwas zu sein. Und natürlich auch noch eine Walküre. Hm. Ob es hier noch irgendwas gibt, was uns hilft? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, wir probieren uns an Muspelheim. Okay. So. Dann war es das für heute wieder. Und beim nächsten Mal geht's ab nach Muspelheim, weil wir sind jetzt Stufe 6 von 7 scheinbar oder 8 oder so, ne? Und um hier überhaupt irgendwas noch zu erreichen, brauche ich ja den Stuff aus Muspel und Nifelheim, richtig? Muspelheim. Oder erst Nifelheim. Das weiß ich jetzt noch nicht. Muspelheim. Nifelheim. Hm. In Nifelheim gibt's bestimmt noch Loot, ne? Und dann kann ich in Muspelheim... Aber in Muspelheim gibt's dann den Rest für die Chaosklingen wahrscheinlich, ne? Ah, ich bin mir so unsicher. So. Na dann. Aktivier das Bar. Cool. Alter. Na dann. Nifelheim. Auf. Nach. Nifelheim. Hey, Jungs. Achso. Hä? Ach, jetzt kann ich auf einmal... Nebel-Eschos. Okay, dafür braucht man das also. Und hier? El-Wil-Gemir-Stein... ...erzeugt... ...einen reinigenden Nebel, der eine kleine Menge Gesundheit reinigiert und die Zeit verlängert, die gerade aus dem verfluchten Nebel von Nifelheim bleiben kann. Oh. Okay. Okay. Naja. Gucken wir mal. Nebelheim. Nicht sicher, warum jemand hierher kommen will, aber hier sind wir. Es schmeckt schlecht. Okay. Cool. Na dann, Atreus. Ich würde sagen... ...ziehen wir uns das mal rein. So. Ah. Autschi, Autschi. Das war's für heute. Das war's mit diesem Stream. Vielen Dank, falls irgendeiner zugeguckt hat. Ich liebe dieses Spiel. Es macht einfach sowas von dermaßen Spaß. Es ist einfach richtig geil. Und... ...die kann's kaum erwarten, die Walküren zu besiegen und den ganzen Kram zu machen. Bis zum nächsten Mal. Bring up me, Hardys. See youslung. Vielen Dank.